Moin Leute, wir gehen heute mal wieder auf die wilde Hummel. Nee, auf die wilde Hummel gehen wir nicht, sondern wir gehen auf Instagram. Was war das für ein Mist mit dem wilden Hummel? Auf jeden Fall Leute, gucken wir heute unter dem Hashtag Paluten, was denn von euch so alles eingereicht wurde. Okay Leute, ich kann das erklären. Das ist ein neuer Snapchat-Filter. Das habe ich heute gepostet. Ich habe es gesehen und dachte mir, alter P-Dizzle, ist äh, verstört. Oh, was haben wir denn da? Das ist auch eine legendäre Stelle aus meinen Vlogs. Da wäre ich nämlich gezwungen, meine Skills rauszupacken. Und was viele nicht wissen, ich war 1972 im Olympischen Leichtathletikverband von Deutschland. Und war da Weltmeister, habe Goldmedaille geholt im Rad schlagen. Und dieses traumhafte Rad sehen wir jetzt auch nochmal. Willst du den Rucksack ablegen? Jetzt kannst du dich zuschauen nicht warten lassen. Oh, jetzt kommt's Leute, jetzt kommt's. Du musst dich vorher warm machen. Wir haben ja da auch fast einen Arm bei verloren. Willst du hoffentlich nicht. Und! Oh! Legendäres Rad, Leute. Machen wir mal weiter hier. Oh, da ist Sushi. Oh, was haben wir da, Leute? Ich glaube... Ich habe Raketen dabei. Sushi, das... Warte mal, lass uns das mal ganz kurz nebeneinander stellen. Ah, der Freedom Squad. Ich könnte immer noch drüber lachen. Warum sieht das denn so lächerlich aus? Junge, der Freedom Squad. Wir sind die beste, beste Truppe EU-West. Nein. Halt' du mal ein bisschen... Halt' du mal hier ein bisschen Pizza für mich? Zu meiner Verteidigung möchte ich ganz kurz sagen, Leute. Das habe ich übrigens auch auf Snapchat gepostet. Ich war da nicht betrunken oder so. Ich lag abends im Bett. Mir ging es ja vor ein paar Tagen nicht ganz so gut. Und da war mir einfach langweilig. Und ich habe noch nie diese ganzen Snapchat-Filter benutzt. Und darauf ist, glaube ich, auch das hier noch... Oh, Gott. Ja, gut. Das ist... Ich guck selber. Ich wollte einfach mal die Filter ausprobieren. Ich sehe da aber auf jeden Fall glücklich aus. Schau dir mal vor, ich würde wirklich so aussehen. Ja, da sehen wir Arnold Schwarzenegger und meine Wenigkeit. Definitiv nicht gephotoshoppt. Wer das behauptet... Junge, ich werde dich finden. Ja, er, genau und ich. Also, da waren wir ein bisschen am Trainieren. Da sieht man, ich spanne ein bisschen meinen Pinzeps an. Und krasse Zeit, ey. War auch 1972. Boah, das ist auch geil gezeichnet. Dann würde ich ja hier nochmal sehen. Alter Schwede von Medusa. Pally ist sein bester Freund. Er wohnt in meiner Handyhülle. Schön warm da. What? Ah, das hat sie selber gemalt und dann irgendwie auf ihre Handyhülle geklebt. Nice. Da bin ich natürlich nochmal mit dem Papst, Alter. Ein kleiner Handshake. Einmal so gesagt. Jo, Pide. Ich feier dein Stuff. Mach weiter so, ey. Du hast sämtlichen Segen von mir. Oh, guck mal hier. Das von der RPC am Wochenende. Da ist Smurf. Da ist Kidos. Und da bin ich. War auf jeden Fall mega, mega cool. Habe ich in dem einen Video ja auch schon angesprochen. Bedeutel. Fancy. Wie immer mit dem Schal. Das sieht echt ein bisschen komisch aus. Da ist nochmal ein nettes RPC-Bild. Guck ich auch nochmal nett in die Kamera mit der Sonnenbrille. Du-di-du-di-du-di-du-di-du. Ah, was haben wir denn da? Da sehe ich doch schon eine Legende auf meinem Kanal. Beziehungsweise eine Szene. Super viel Spaß im Auto. Denn wir stehen schon wieder im Stau. Super viel Spaß im Auto. Denn wir stehen schon wieder im Stau. Das wird ein super Song. Denn Smurf geht super gut. Ich weiß den Song gar nicht mehr komplett redig. Ach Mensch ey, das ist auch schon wieder so mega mega lange her. Hier haben wir nochmal ein paar Bilder vor und nach dem Joggen. War auf jeden Fall nice. Weil ich glaube an dem Tag hat es auch so mega geschüttelt. Das war mega mega mäßig nervig. So Leute, zum Abschluss sehen wir im Hintergrund nochmal ein paar Bilder von Just Togi mit Edgar. Und da oben sehe ich auch noch Iggy. Den können wir nochmal kurz ein bisschen größer machen. Und Leute, das war es mit diesem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr von so einem Schnitzel sehen wollt, dann lasst sehr sehr gerne eine kleine Bewertung da. Lasst ein Like da und dann ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.